Hallo und herzlich willkommen zum Bastelblitz am Mittwochabend. Ich bin Irene und an meiner Seite habe ich den lieben Hippo. Jetzt wollte ich auch gerade Happy Hippo sagen. Schönen guten Abend kann ich ja trotzdem. Happy Hippo, ich bin Joe. Und seit ganz vielen Jahren die bessere Hälfte, würde ich gerade sagen, nee, das stimmt ja nicht. Du bist die bessere Hälfte. Ich bin die bessere Hälfte. So sagt man das. Und herzlich willkommen zum Bastelblitz am Mittwoch. Du hast schon wieder was Schönes vorbereitet und am Anfang, ihr kennt das Ritual. Wenn ihr uns gut hören und sehen könnt, dann schreibt doch heute mal Hippo. Hippo, genau. Hippo, ihr habt es schon mitbekommen. Die Hippos, die deutschen Hippos sind bestellbar. Ich hatte ja noch einige Bestellungen hier auf Halde, sage ich mal. Also da hatten sich die Kundinnen bereit erklärt zu warten. Und die habe ich natürlich alle heute am späten Vormittag schon gleich ausgelöst. So, dass jetzt alle, die mir ihr Geld anvertraut haben oder uns beiden ihr Geld ja anvertraut haben, jetzt alle safe sind. Und alle haben jetzt die deutschen Hippos, die das wollten. Und wer jetzt Englische bekommen hat, weil er nicht warten wollte, der kann ja jetzt nochmal bestellen für 60 Euro. Dann gibt es die deutschen Hippos. Ja, Celebration geht ja noch eine ganze Weile. Und wer weiß, vielleicht braucht man irgendwann nochmal was. Und ansonsten sind die Englischen ja auch süß. Und hippe Grüße sehe ich da gerade. Du hast die Schachtel da neulich gebastelt. Ja, viele haben sich damit arrangiert. Ist denn so. Also da brauchen wir jetzt auch nicht traurig sein. Da kann man auch etwas Witziges draus machen. Nichtsdestotrotz behaltet es im Auge mit der Celebration, wenn ihr da noch Projekte, ach nicht Projekte, Produkte haben möchtet. In Amerika ist schon eine Sorte Ausverkauf. Ich zeige euch mal kurz, was in Amerika bereits weg ist. Und das wird auch nicht mehr nachgeliefert. Also Nachlieferung gibt es ja eh nicht. Aber das ist natürlich klar, das ist ein fremdeingekauftes Produkt. Und das können die, wenn alle, denn alle. Und zwar in Amerika sind tatsächlich bereits diese Karten und Umschläge in Aquamarine ausverkauft. Ich habe damit schon gebastelt. Das kriegt ihr auch in Kürze zu sehen. Also ich kann die nur empfehlen. Und wer jetzt sagt, hippos ist sowieso nicht meins. Da habe ich immer diese Karten und Umschläge tatsächlich empfohlen. Weil man kriegt gut Ware, viel Ware fürs Geld. Oder es kostet ja nichts. Ist ja gratis. Ja, also das ist das. Und dann habe ich noch, zeige ich euch auch nochmal eben, kürzlich diese Schachtel ja mit den Hippos gebastelt. Die Anleitung gibt es auf Anfrage per Mail. Ist für meine Kunden exklusiv. Und ja genau. Und die Demos. Und Demos natürlich sowieso. Natürlich. Da haben sie auch schon etliche gemeldet. Also ich sage das jetzt gar nicht mehr so explizit. Demos bitte unbedingt melden. Und die andere Hippo-Anleitung, die PDF, die machen wir nachher nach dem Bastelblitz. Schicken wir die raus im Laufe des Abends. Ja, weil da sind jetzt heute etliche Bestellungen zugekommen. Jetzt lohnt sich das richtig. Dann gibt es eine Sammel-E-Mail. Und dann gibt es eine Anleitungs-Mail mit Hippos. Yeah. Und nun wollen wir aber heute trotzdem noch wieder was anderes basteln. Weil ich muss euch ja immer ein bisschen was... Ist ja mein Auftrag. Ist ja mein Job sozusagen. Ich muss erst mal über diesen plötzlichen, unerwarteten Ausverkauf reden. Oh ja. Gut. Du hast das Wort. Ja. Bei Stem it up ist irgendwie eine Lieferung eingetroffen von Artikeln, die zum Jahreskatalog gehört haben. Zum abgelaufenen Jahreskatalog. Die sind viel zu spät gekommen. Und da haben die schnell nochmal so einen Ausverkauf gemacht. Und jetzt hast du heute aber geguckt. Was war jetzt noch interessant? Dieses Buchstaben-Set ist jetzt noch drin. Ansonsten ist das schon wieder ganz schön abgegrast. Der Apfel-Stanzer ist noch drin. Die kleine Blume der Stanzer. Der Tino-Stanzer? Ist die noch drin? Weiß ich nicht. Ich hatte es vorhin gesagt. Ja, vorhin. Das kann sich natürlich auch ändern. Also ich habe ja heute Morgen erst geguckt. Da waren aber schon etliche von meinen Kunden, die bestellt haben im Laufe der Nacht. Heute Morgen waren noch zwei Seiten an Ware verfügbar. Heute Nachmittag war nur noch eine Seite. Ja, manch einer hat sich noch schnell mit Tinte eingedeckt, war irgendwie so zu ahnen. Also Stempelkissen, wollte ich sagen. Nicht Tinte, Stempelkissen. Ja, Tinte auch. Tinte auch, ja. Magenta-Rot und Zimt-Braun gab es plötzlich. Es gibt immer noch Aventurin und Magenta-Roten Karton. Und auch die Mischung, die In-Color-Mischung gibt es auch zum Reduzieren. Ach, die 20 bis 22, ne? Genau, ja. Ich habe euch den Link nochmal reingesetzt. Vielleicht will der eine oder andere nochmal gucken nach dem Motto. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was ich unbedingt haben wollte. Ja. Jo. Gut. Und ansonsten machen wir jetzt mal weiterhin wieder mit was Neuem. Ich nehme euch auf den Tisch. Heute gibt es keinen Trailer, weil es ist ja heute nur die abgespeckte Version am Mittwochabend. Ich habe mich heute mal entschieden für das Hundeset. Das finde ich auch niedlich. Hier mit dem Stanzer. Ich meine, es ist halt, man kann halt nur den Hund auch stanzen, ne? Das ist natürlich schon auch wieder ein bisschen speziell. Das ist das Stempelset. Ja. Ist natürlich so eine Sache, ne? Also ich finde die ja richtig niedrig, dieses Gottesstereo. Die meisten sind ja weiß irgendwie, ne? Ich kenne die so als weiße irgendwie, ne? Ja. Ich kenne sie auch in anderen Farben, glaube ich auch, ne? Aber gut. Ja. Aber du musst doch auch mal was anderes zeigen. Ja. Das ist doch auch richtig so. Wir können nicht immer nur jetzt gleich Weihnachten basteln. Nein. Nein, nein. Wir fangen mal mit der Karte an hier. Und da brauchen wir erstmal ein bisschen weißen Karton. Ja, wo ist das denn? Und, nee, Quatsch. Entschuldigung. Ich vergesse das immer. Ich habe das nämlich erst in weiß gemacht. Und was mir dann aufgefallen ist, das ist Vanille. Hier ist auch wieder Vanille am Start bei dieser Karte. Und zwar brauchen wir als erstes diese Decke, die karierte Decke, die Hundedecke, würde ich mal sagen. Also wir haben kein Tier, ich kann das nicht beurteilen. Ist das eine Hundedecke? Also wer einen Hund hat, bitte einmal gerne reinschreiben, ob das eine Hundedecke ist. Also hättest du was gesagt, hätte ich ein Foto gemacht. Wir haben so eine Decke in der Garage aus dem Auto, aus dem Golf. Da ist so eine Decke drin. Die ist original 60er Jahre. Und aber das war kaum? Nein, einen Hund hatten wir nur nicht, aber das ist eine Hundedecke, sage ich jetzt mal so. Na gut. So, und die Hundedecke, die wird jetzt gestempelt. Und dann wird der Hund daraus ausgestanden. Also mega simpel. Es empfiehlt sich bei diesen Foto-Polymer-Stempeln, also bei diesen Klarsicht-Stempeln, dann doch gerne mal die Stempelmatte zu nehmen. Vor allen Dingen beim Hund. Da kommen wir dann wieder zum Learning des heutigen Tages. Ich bin ja immer bemüht, euch irgendwie Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, wie ihr das meiste mit den Produkten machen könnt. Das ist Tannengrün. Einfach mal Stempeln. Auch mit Warten. Eins, zwei, drei. Ja, plötzlicher Ausverkauf. Simone fragt, was das heißt. Ja, das habe ich jetzt so genannt, plötzlicher Ausverkauf, weil das kam ganz aus heiterem Himmel, weil Step-in-Up wusste das wahrscheinlich selber nicht genau, wann Artikel eintreffen. Und der Jahreskatalog hat ja schon seinen Ausverkauf gehabt und war eigentlich somit durch. Und jetzt haben die noch Ware bekommen zusätzlich, die da aus dem Jahreskatalog war. Und da man die jetzt natürlich regulär schlecht verkaufen kann, weil der Katalog ja abgelaufen ist, haben sie gesagt, dann setzen wir die in den Ausverkauf. Da sind die zum Teil auch reduziert. Sind die reduziert? Alle reduziert? Automatisch? Kann ich nicht sagen. Kann ich jetzt auch gar nicht sagen. Und auf jeden Fall sind auch Artikel eingestellt worden und reduziert, die ursprünglich gar nicht dafür vorgesehen waren. Also ja, was er jetzt im Einzelnen ist, kann ich euch nicht sagen, aber einige haben zugeschlagen. Das kann ich verraten. Ja, Simone, weißt du jetzt gar nicht, was das mit dem Ausverkauf, also bist du jetzt ganz neu hier auf dem Kanal beim Basteln oder weißt du jetzt nur, was ist mit dem plötzlichen Ausverkauf, was das bedeutet? Das wäre jetzt nochmal wichtig, um dir das überhaupt nochmal kurz zu erklären. Ich mache hier mal weiter. Den Hund habe ich eben aus der Decke ausgestanzt. Bisschen Buchstallmix ist auch alle jetzt alles klar. Ist doch alle, siehst du. Den Hund habe ich ausgestanzt. Dann ist ja noch die Schleife. Die wird in Blütenrosa gestempelt. Finde ich persönlich ein bisschen hell. Aber ich mache ja das Muster aus dem Katalog erstmal, um überhaupt warm zu werden. Das ist ein Set. Und von daher. Ja, du, nachher wird das wieder der nächste Modehund, ne? Ja, guck mal, als unsere Paulina in den USA war, da war doch dann auf einmal, die hatten doch da einen... Den Rock. Ja, den Rock, eine französische Bulldog. Genau. Und das ist ja schon auch schon wieder neun Jahre her. Und danach sind die ja auch in Deutschland total zum Trendhund geworden. Und wer weiß, alle paar Jahre gibt es so einen Trendhund. Und wer weiß, ob der Terrier nicht jetzt schon irgendwie wieder so einer ist. Ja. Also irgendwas denken die sich ja dabei, ne? Die würfeln ja jetzt nicht und sagen, nehmen wir deutschen Schäferhund oder nehmen wir Bulldog oder nehmen wir Scottish Terrier? Tatsächlich machen die auch Trendanalysen. So, ich habe hier ein Quadrat aus den Basics mit Pep. Das kann da schon mal liegen sein für die nächste Karte. Also die Basics mit Pep kann ich auch mega empfehlen. Braucht man irgendwie immer. Und wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurem Stempelmotiv, dann setzt ihr es entweder auf einen Kreis oder auf einen Quadrat. So, oder so kommt das auf die Karte gleich. Da kommt noch ein Wow drunter. Und jetzt brauchen wir mal die Grundkarte. Da ist ja mal so ziemlich was ganz anderes jetzt irgendwie, ne? Als totaler Kontrast jetzt irgendwie, ne? Das war ein bisschen weihnachtlich irgendwie, soll das, das war weihnachtlich, oder? Das Papier ist gleich weihnachtlich. Das ist doch weihnachtlich, wollte ich doch meinen irgendwie noch. Das ist hier drunter, das ist weihnachtlich, das zeige ich auch gleich. Und Hundeliebhaber, wer im Tierheim arbeitet, was gibt es noch für Möglichkeiten? Das ist Saharasand. Für sowas, für so einen ist das was. Saharasand. Ja, mega ungewöhnliche Kombination, finde ich. In Vanille sieht aber ganz interessant aus. Und nicht jetzt, dass ich denke, uh, das geht gar nicht. Sondern, ja, kann man mal machen, ne? Ich finde das ja immer gut, wenn man auch mal was Neues ausprobiert, ne? Und nicht immer nur, ach, weiß ich nicht, immer im selben Farbschema bastelt. Das wird einfach mal zurechtgeschnitten auf... Also wo ist denn dieses Papier her, dieses Designerpapier? Hier aus dieser Mischung im schönsten Licht. Ach, da ist das bei. Das ist ja eigentlich ein Weihnachtspapier, sieht man auch hier an den... Ja klar, das erkennt man sofort, das erkenne auch ich. Und deshalb dachte ich mir schon, dass das irgendwie was Weihnachtliches sein muss. Aber ich weiß jetzt auch immer nicht gleich sofort, zu welcher Mischung du das wieder rausgekramt hast. Ich muss selber immer erst mal einmal gucken, wenn ich mir das angucke, das Beispiel. Ja, steht ja nicht dabei im Katalog, ne? Nee, Katalog nicht. Da steht ja leider nicht dabei, die Maße, ich habe das ja schon vor Monaten gesagt, die müssen auch mal irgendwann auch mal auf mich hören irgendwie, ne? Dass die sitzen da mit so vielen hochbezahlten Leuten, die können auch mal ein kurzes Video drehen, so ein kleines Anleitungsvideo oder so einen kleinen QR-Code da reinmachen, so nach dem Motto, so wird die Karte gebastelt, nach dem Motto, das sind die Maße, zack, 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 das ist das Papier und fertig. Muss man so eine Irene haben, die das alles mühsam für einen austüftelt, ne? Ja. Ja, ja. Na gut, dass es dich gibt. Dankeschön. Hier ist das Wau. Also es ist ein Set mit deutschen Sprüchen. Ich zeige euch das gern nochmal. Leckerli für dich. Okay. Eine kuschelige Weihnachtszeit, frohe Festtage, wow. Das ist ja schon ein bisschen speziell, ne? Ja, aber es gibt ja Millionen von Deutschen, die überhaupt Haustiere haben. Und Hunde gibt es dann auch unheimlich viele. Ja. Und klar, du freust dich, ein Hundeliebhaber vielleicht auch über, wenn er einen anderen Hund hat, über so eine Hundekarte allgemein. Auch wenn es vielleicht nicht seine Rasse ist, die er da hat, ne? Darf man nicht unterschätzen. Hatten wir nicht auch mal so einen Hundestanzer, der auch ganz angesagt war? Ja. Der wird dann auch in so einem Ausverkauf da erliebt? Nein, den habe ich angesagt gemacht, weil da so ein schönes kleines Herz mit dabei war. Und dann war der im Ausverkauf für 5 Euro. Und dann haben wir doch das Live-Video gemacht. Und ich habe allen gesagt, Leute, wenn ihr den Hund auch nicht haben wollt, aber das Herz, das braucht ihr. Und das ist auch sehr gut. Ja, und Sittchen möchte wissen, wird eigentlich etwas gegen Verkäufer unternommen, die in Ebay aktuelle Sets verkaufen? Ja, wenn sie privat sind, wenn sie doch privat sind, können sie es doch verkaufen. Nur als Demo darfst du es nicht verkaufen. Wenn du ein Set hast, das du jetzt gekauft hast und du meinst, das will ich nicht mehr haben, das finde ich jetzt doch doof, habe alles ausgebastelt, kannst du es verkaufen. Natürlich kann man unterstellen, dass das ganz viele natürlich nicht aus Zufall machen, so auf dem Motto, ich habe das eine Woche und verkaufe das schon. Da ist natürlich Berechnung dahinter. Und deshalb ist das auch ganz, ganz schwer, denen das Handwerk zu legen. Weil ganz oft sind die nicht zu identifizieren, sind als private Verkäufer, da weiß man nicht, wer das ist, Artikelstandort ist falsch angegeben und sowas alles. Ja, dann wird das gleich losgeschickt, ohne dass man weiß, woher es gekommen ist. Also es ist damit abversucht, aber es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Es ist schwierig. Wir haben aber auf jeden Fall eine sogenannte Compliance-Abteilung. Compliance heißt so viel wie Rechtsabteilung, glaube ich. Ja. Und da melden wir das. Und da wird auch meine Demokollegin und so, ich weiß, alle melden. Also gerade bei aktuellen Sets ist es ja so, das bei Ebay zu kaufen dann vielleicht noch teurer, ist ja Quatsch. Weil meistens hast du ja bei privaten Verkäufen ja gar keine Gewährleistung. Wenn da mit dem Stempel-Set was ist, hast du, und das kommt ja doch öfter mal vor, dass etwas nicht funktioniert. Denkt an die magnetische Platte, denkt an dieses Stempel-Set, da war doch auch irgendeines aktuell. Hattest du ja auch wieder einmal erzählt. Ja, da ist auch gerade schon wieder was. Da ist auch irgendeines im... Werde ich euch aber zu gegebener Zeit mitteilen. Und wenn sowas ist und du hast es beim Privaten bei Ebay gekauft, ja, dann hast du Pech gehabt. Der nimmt das nicht zurück. Irene hat mehrere Reklamationen in der Woche und auch kümmert sich da schnell drum. Und das ist dann halt die Gewähr, wenn man bei einem ordnungsgemäßen Verkäufer kauft. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Aber... Wobei ich da gar nicht gucke, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe für mich nämlich mal entschieden, dass ich mich mit sowas Negativen gar nicht belaste. Ja, wenn man da anfängt zu gucken, dann dreht man durch. So, schaut mal, das Erste ist fertig. Ja, ist eine schöne Kombi. Dieses Hundepapier nenne ich das da jetzt mal. Dieses karierte. Die Decke. Ja, die Decke. Genau. Eigentlich ganz niedlich, ne? Ja, es ist niedlich. Ich sehe gerade. Bei dem, aber das kann man nicht sehen. Da habe ich noch mit den... Mit diesen Animal Dots, mit diesen flüssigen Perlendingern, habe ich da noch so ein Auge drauf gemacht. Ja gut, das hat er verdient. Ja. Ich finde es ganz niedlich. Ist mal was anderes. Also ist jetzt nicht so, dass ich... Es ist nicht so mega vom Hocker haut. Aber es ist nicht... Nicht doof. Wir kommen zur nächsten Karte. Die gefällt mir nämlich ein bisschen besser. Das ist Savanne. Mit Flüsterweiß. Ich habe hier dieses Etikett aus den... Gewählte Konturen sieht das. Aber es hat mir nicht so gut gefallen hinterher. Und darum habe ich mir jetzt ein Rechteck ausgestanzt aus den bestickten Rechtecken. Ja, was ist original verbastelt worden im Katalog? Kannst du das... Hast du das festgestellt? Ja, können wir gucken. Einfach ein Rechteck. Auch einfach ein Rechteck? Ja, schaut mal. Hier ist sie. Die ist auch kleiner. Die ist so ein bisschen quadratisch. Und ich habe... Ja. Das ist halt so gemacht. Und möchte euch jetzt eigentlich mal zeigen, wie ihr diese Geschenke stempelt. Und habe dann nämlich auch festgestellt, ich habe die anderen beiden Geschenke, die sind hier genau unterm Bund. Also ein bisschen blöd von mir. Aber ihr müsst ja den Fehler nicht machen. So, jetzt suche ich mal... Das ist hier die... Diese Akzente. Wie heißen die? Das ist das, was wir neulich in Rot hatten? Genau. Das ist das in Schwarz. Das habe ich für das Auge genommen. Dann haben wir hier das Geschenk. Und ich habe festgestellt, dass es sich besser macht, tatsächlich. Also im ersten Versuch habe ich das Geschenk gestempelt und dann die Schleife reingesetzt. Ich habe dann aber festgestellt, es geht doch besser, wenn ich erst die Schleife stempele und das Geschenk oben drüber. Ich zeige euch das. Ja, Knochen auch war bei dem Set? Ne, das ist die Schleife. Ja. Dachte, ein Knochen... Knochen? Ja, naja. Ah, okay, ein richtiger Knochen. Ne, wüsste ich jetzt. Ne. So nicht. Da haben sie wieder den armen Hund. Muss er Geschenke auspacken. Das ist mit Knochen rumnagen. Die setzen wir da jetzt mal ganz entspannt drüber. Und da muss aber auch ein roter auch irgendwo hin, ne? Ah. Der kommt dazwischen. Ach so. Damit man das ein bisschen besser sieht, das Rote. Sonst verschwindet das gleich alles hinterm Hund. Also viele haben ja ihre Ware bekommen mittlerweile. Ja. Und da würde mich wirklich mal interessieren, was sie wohl als erstes benutzt haben, was sie als erstes verbastelt haben. Wenn ihr mir das gerne mal in den Chat reinschreiben würdet, das würde ich gut finden. Ja, also wo war die Neugier am größten, irgendwas auszuprobieren. Oder wo hattet ihr jetzt am meisten Lust zu. Ja. Ist doch so, dass man sagt, oh, das finde ich total cool. Das muss ich unbedingt. Jetzt musste ich auch irgendwie was unbedingt mit den Hippos basteln, wenn ich die Englischen hatte. Oder ich habe doch auch schon was Weihnachtliches gebastelt. Neulich am Sonntag hieß es ja, etliche haben auch schon mit den Weihnachtskarten angefangen. Und viele haben ja zum Sonntag auch beim Sonntagsvideo hinterher noch kommentiert, wo wir sehr gefreut haben, dass sie das gut finden, dass da rechtzeitig mit Weihnachten losgebastelt wird, weil viele tatsächlich auch auf Märkte gehen und viel basteln müssen für Weihnachten. Da kann man ja nicht rechtzeitig genug anfangen. Also uns genau aus der Seele gesprochen. Das hat uns richtig gut getan. Danke für die vielen Kommentare. Das war Holly Schatzi, die immer fürs Rote Kreuz, glaube ich, letztes Jahr bereits. Fürs Blutspennen. Fürs Blutspennen hat sie immer. Die musste doch irgendwie, keine Ahnung, 150 oder 500 oder 3000. Und wann soll sie denn anfangen damit, ne? Ja. Die ist für Margarete, hat gleich mit den Hippos gebastelt. Auch Hasenfuß. Und Monika auch mit den Hippos und Barbara auch. Seid ihr gut klargekommen mit kolorieren oder soll ich das nochmal zeigen? Ja, und Conny hat die Geschenke auf der Karte auch erst für seltsame Knochen gehalten und ich auch, muss ich das sagen. Ich habe auch gehört, das ist irgendwie Knochen. Oh, weil es passt ja so ein bisschen. Vielleicht haben sie das so ein bisschen gewollt. Ein bisschen gewollt, ne? Ja, jetzt müssen wir das hier mal einmal sauber machen. Ja, beinahe. Wo ist denn jetzt? Ach ja. Vielleicht soll das so wie so ein Hundeknochen, dass das das Geschenk ist für den Hund der Knochen. Tja. So ein bisschen erinnert mich das auch an einen Knochen, muss ich sagen. Ja, aber dann ist das so. Hätte die Designerin sich da was bei gedacht? So, jetzt setzen wir noch ein bisschen rot. Gut, das ist glutrot und das Päckchen wird blütenrosa. Was habt ihr denn mit den Hippos gebastelt? Mit den Hippos? Ja, auf jeden Fall wurde jetzt erstmal auch mit den Wichteln gebastelt. Oh ja. Ja, und auch mit dem Fuchs wurde gebastelt und das Set mit der Flasche, weiß ich jetzt gerade nicht welches, wurde auch gebastelt. Und Sabine wartet erstmal noch, das wird in den Urlaub mitgenommen und dann geht der Mann an und sie hat Ruhe und kann basteln. Das ist natürlich auch wunderbar. Also bei mir hat sich ja mal, muss ich euch kurz erzählen, es hat sich ja mal der Mann einer Kundin bei mir per E-Mail bedankt. Ja, der hat sich bedankt, dass ich seiner Frau dieses tolle Hobby quasi verkaufe, also die Sachen liefere, weil er ist leidenschaftlicher Schallplattenhörer und sitzt abends unheimlich gerne mit so einem hochwertigen Kopfhörer und dann versinkt er da quasi in seiner Musik. Ja, und dann fand er das gut, dass seine Frau ein Hobby hatte und er sich da nicht so einen Stress machen musste, dass er jetzt da mit den Kopfhörern gesessen hat und sie dann quasi sich alleine beschäftigen musste. Das scheint mir eine interessante Beziehung zu sein mit den beiden. Daher würde ich gerne mehr drüber erfahren. Was hat die wohl vorher gemacht, wenn sie nicht gebastelt hat? Ja, ja. Dann hat sie vielleicht Fernsehen geguckt oder so. Ja, das ist ja das. Und deswegen hat er sich ja bedankt, dass sie dann endlich ein Hobby hatte. So, ein Hasenfuß ist bestohlen worden. Was? Ja, ihre Mutter hat ihr ein ausgestanztes Hippo geklaut. Ach so, Mensch. Ja. Hasenfuß. Karten und Lesezeichen hat sie da mit gebastelt. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Ist schnell gemacht. Ja. Also nochmal die Box. Wo ist die nochmal? Entweder guckt ihr euch das Video an. Die Box, die blaue Box. Wo ist die? Die Hippo-Box. Jetzt weg, die ich euch vorhin gezeigt habe. Warte, wir haben hier ein Live angekündigt für halb acht heute. Ja, hatte ich gelöscht. Aber das ist doch schon nicht mehr da. Okay. Manchmal spinnt leider meine Software, mit der ich diese Lives anlege. Die Software spinnt leider manchmal. Ich habe das auf 19 Uhr und irgendwie springt es dann manchmal doch um. Ich hatte es sogar schon mal auf dem falschen Tag angelegt. Also das ist eine extra Software, die ich nutze. Die nennt sich E-Camp. Und darin lege ich das an. Und es ist eine amerikanische Software. Und da sind auch die Zahlen immer so ein bisschen anders. Auch gerade beim Datum ist das ja immer so ein bisschen anders. Muss ich immer höllisch aufpassen. Aber ich habe es dann vorhin gemerkt. Ich habe gedacht, hä? Es war 18 Uhr. Und ich denke, wieso haben wir jetzt noch zwei Stunden? Naja. Craftinger, du hast doch nichts verpasst. Außer die Kernbotschaft des heutigen Tages ist, die deutschen Hippos sind bestellbar. Aber das ist die alles überragende Nachricht für Stempel-App-Bastler. Also, wer Kunde ist bei uns und diese Box sich keine Lust hat, das Video sich anzugucken, dafür gibt es eine Anleitung, die könnt ihr euch abfordern per E-Mail bei uns. Okay. Das kommt hier rauf auf die Karte. Eigentlich finde ich, könnte man sogar hier auch noch ein bisschen bestempeln. Aber das lassen wir jetzt mal. Das kann schon aufgeklickt werden. Und dann kommen wir nämlich zum Hund. Und da möchte ich euch was sagen. Ja. Die Monika fragt, sie würde das mit dem Kolorieren interessieren. Ja. Haben wir da was von dem Kolorieren gesprochen? Ja, ich habe eben gefragt, ob Fragen hier zu sind. Das habe ich hier in diesem Video, habe ich das genau erklärt, wie ich das hier mit den Aquarellbundstiften von Stempel-App gemacht habe. Ich habe aber auch schon mal Videos gehabt, wo ich das mit den Blends gezeigt habe. Aber ich kann es auch gerne nochmal wieder zeigen. So ist es nicht. Wir kommen zum Hund. Der Hund stellt einen so ein bisschen vor eine Herausforderung. Und das finde ich gut, weil dann kann ich euch das nämlich zeigen, wie man es besser machen kann. Und ihr braucht euch nicht ärgern. Das ist mir ja immer von so. Also wie man es besser machen kann, wie du, beim ersten Versuch, als du. Ja. Als wie du. Also besser, sagen wir mal so. Ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Ich habe Memento-Tinte genommen und habe die dann erstmal nachgefüllt, weil die schon ein bisschen trocken war, weil ich mich schon wieder einmal sehr geärgert habe darüber. Dann habe ich sie nachgefüllt und zeige euch mal, was da jetzt so bei rauskommen ist. Ah, jetzt könnte es wahrscheinlich sogar klappen. Also eins, zwei, drei. Erstmal Armik hier anziehen lassen. Oh, jetzt klappt es. Okay. Bei diesem hier sieht man noch, da war es nicht ganz so hundertprozentig. Und wenn das der Fall ist, dann müsst ihr entweder nachfüllen. Das zeige ich euch auch gerne einmal noch schnell. Ihr seht, also ich habe es nachgefüllt, habe es benutzt und habe gedacht, nee, das geht irgendwie jetzt auch immer noch nicht besser. Aber jetzt drei, vier Stunden später sieht das dann doch anders aus. Jetzt will ich da auch nicht zu viel rein machen. Also ihr seht, wie ich das mache. Einfach hier so zack, 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 zack am Rand und dann ist es fertig. Da reicht auch ewig, diese Flasche. Deckel drauf. Und auch gerne über Kopf lagern, damit die Farbe auf die Oberfläche sacken kann. Wenn das nicht hier... Das bleibt da immer drin? Also das tropft ja nicht auf die Oberfläche dann? Nein. Nein, das ist dieser Schwamm. Genau, das ist so ein Filz. Es sei denn, man macht zu viel rein, was man natürlich nicht sollte, ist klar. Aber ansonsten bleibt es so drin. Also das macht auch keinen Sinn, zu viel reinzumachen, weil verballerst du ja die Farbe hier. Das nimmt man ja auch nicht. Und wird schwierig wahrscheinlich, wenn man zu viel rein hat. Ja, dann ist es auch zu dick. Wenn das aber nicht hinhaut, dann nehmt ihr bitte euren Stemperatus. Dann könnt ihr das ja mehrfach einfärben und dann kriegt ihr auf jeden Fall einen schwarzen, kräftigen Abzug. Kriegt ihr irgendwie. Ja, jetzt habe ich ja am Anfang gesagt, solche Sträuchis, nenne ich den mal so, sind ja auch ganz oft weiß, ne? Ja. Und was macht man denn? Hast du eine Idee? Du in dem, hier im Katalog, schau mal hier unten, ist ein weißer, siehst du den? Ach, jetzt sehe ich es. Den haben sie weiß embosst auf Savanne. Ja. Oder, ja, und ich glaube dann entweder gestanzt, ja doch gestanzt dann. Also weiß embossen, dann geht das. Ah, da haben sie mal mitgedacht. Ja, finde ich super. Ja. Wie, weil ich, man sieht mehr weiße, finde ich, als schwarze. Und, ähm, ja. Wenn ihr das so knapp abgeschnitten habt wie ich, der nächste Tipp, ne, machen wir mal so, Tipp. Ähm, nehmt ein Post-it zur Verlängerung als Griff. Ich bin nicht jetzt gerade, hat dieser Nick Knetterton, hat der nicht so einen Hund? Der ist ein Nick Knetterton. Ja, das ist so ein Nick Knetterton, ist, glaube ich, so eine Comicfigur, so ein Detektiv. Hat der nicht so einen Hund? Ich muss, das muss ich auch mal gleich recherchieren, mal gleich mal aufschreiben hier. Oder weiß das von euch jemand Nick Knetterton? Oh, ich wollte noch was zeigen. Ja, und hast nicht dabei. Habe ich nicht dabei. Ah. Irgendwas war doch noch, was ich zeigen wollte, Mensch. Da haben wir doch noch drüber gesprochen am Sonntag. Ja, du wolltest den Stempel zerschneiden. Ja. Ja. So. Das ist das. Guckt mal, wie schön der Hund hier, wie schön der rausgekommen ist. Wenn ihr euch das Stempelzent anguckt, dann denkt ihr, was ist denn das hier alles noch für ein Beinwerk dabei? Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Das ist die Schleife. Das ist das Paket. Das ist eine Schleife, die ihr stempeln könnt und ausstanzen könnt. Und diese Teile, die kommen bei diesen beiden Hunden als Deko ran. Und dieses hier, das ist das Halsband, was ihr da jeweils reinstempeln könntet. So, und ich nehme mir jetzt hier den Rest von meiner Tischdecke. Ne, reicht das? Und habe dann gleich eine karierte Schleife. So, Karte, Box, Papier weiß das jetzt aber ganz genau. Die weißen Terrier sind West Highland Terrier und der schwarze ist ein Scotch Terrier. So. Danke. Dankeschön, ich weiß davon gar nichts. Die hatten ja, wenn ja, nur Schäferhunde früher. Weil ich ja vom Dorf komme, vom Land. Und da haben die Bauern nur Schäferhunde. Ja, das war früher auch ein Schäferhunde. Obwohl wir ja noch nicht mal eine Landwirtschaft hatten, aber ja. Auf dem Hof gerade so ein Schäferhunde. Meine, dein Mensch, du willst. Ja, wie weit sind wir mit, was wurde als erstes gebastelt? Bitte weiter fleißig mal reinschreiben in den Chat. Karte, Box, Papier war jahrelang auf einem Hundeplatz Schriftführer. Und daher weiß ich das so genau. Das ist natürlich auch meine Info. Das hätte mich jetzt sehr interessiert, woher du das so genau weißt, Karte, Box, Papier. Danke. Danke, dass du ohne, dass ich nachfragen muss, schon antwortest. Das finde ich genial. So, das gefällt mir so besser. Da oben hätte noch ein rotes Paket reingemusst. Das müsste dann, wenn ihr die nachpasst, auch mal ein bisschen besser abzirkeln. Was ich vergessen habe bei der ersten Karte, das seht ihr im Katalog. Ich mache das mal jetzt bei der hier. Und sage jemand, wenn du die verwendete Schleife zweimal abstempelst, mit Schleifenende jeweils einmal nach rechts und links, dann hast du einen Knochen. Ah, echt? Müssen wir mal. Die? Ja, ja, dann darf man wahrscheinlich, klar, einmal links, einmal rechts, in der Mitte eine Schleife, dann sieht das aus wie ein Knochen. Das? So? Nee. Guck mal, nimm doch, sind das denn? Das sind die Schleifen. Nee, wir meinen doch die verwendete Schleife. Ach, diesen von dem Päckchen. Ja, das hätte ich jetzt so gedacht. Den, einmal links, einmal rechts. Naja, gut. Also wir haben diese ganz entzückende Metall-Accessoires flache Glöckchen. So, und das können wir mal verwenden. Also ich fädel das auf. Ich mache in der Schleife eine Luft. Ist klar. In der Luft eine Schleife. Ach, jetzt spendierst du ihm noch was. Ein Glöckchen. Ein besonderes Accessoire. Ja. Obwohl ja damals die, wir hatten mal eine Katze und dann sollte die Katze ein Glöckchen kriegen und da hat aber die Tierärztin gesagt, das ist nicht gut für das Tier, weil das Tier irritiert, wenn das immer eine Glocke am Hals hat. Kann ich jetzt, weiß ich zwar nicht, hat sich... Kann ich mir, das muss auch mega nervig sein. Stell dir vor, du hast eine Glocke am Hals, man wird durchdrehen. Ja, deswegen ist das jetzt hier mehr so Deko, ne? Oh Gott, ja, guck mal. Ach nee, das ist ja auch was niedlich, ne? Ja, hat er natürlich noch ein bisschen extra Pfiff durch sowas, ne? Und man hat auch mal wieder ein Accessoire verbindet. Ja, tatsächlich. Und wie viele sind da drin in den Accessoires? Ich gucke gerade mal, was ist Accessoire Hunde Glocke? Nee, wie heißt das? Nee, Glöckchen. Schlache Glöckchen. So. Oh, guck mal. 20 Stück. So, dann müsste ja eigentlich ein Spruch drauf. Ich hatte jetzt keinen genommen. Aber dann ist mir was eingefallen, was man nehmen könnte. Schaut mal, wir haben das Produktpaket Funkelnde Feiertage. Das zeige ich euch irgendwann anders mal. Aber was ich da ganz interessant finde... Also was du noch alles zeigen willst, muss ich die Weihnachtszeit noch verlängern dieses Jahr. Schaut mal, mit diesem hier habe ich eine Stanzmaschine. Ich habe die kleine hier. Also die große ist nämlich unten. Ich stanz mal eben das hier aus. Und dann können wir da nämlich einen schönen Spruch draufsetzen. Ja, was ich alles zeigen will. Ich bin froh, dass ich das hier immer alles zeigen kann. Weil dann kann ich das alles verwenden. Ich mag das doch immer so gerne, wenn die Etiketten so abgeschrägt sind. Ja. Und das ist natürlich jetzt hier besser, weil das dann schon fertig ist. Und noch bestickt. Also mit Stickmuster sind. Ach ja, die Knetterten gab es von 1950 bis 1959. Und das geflügelte Wort von ihm ist kombiniere. Ja. Ja, früher in der Zeitung war wir letzten Seiten. Da war doch der Hund mit dem Schnüffeltuch. Das weiß du jetzt wieder. Schau, die Dorn. Peanuts. Peanuts, genau. Bei uns in der Zeitung gab es nur die Peanuts. Und in manchen Zeitungen gab es diese in die Knetter. Daher. Und der hatte, glaube ich, schon ein Teil. Jetzt haben wir es. Ja, wir kriegen alles raus hier. Super. Danke. Also die frohen Feiertage passen da gar nicht drauf. Also nehmen wir nur das. Der Wauwau. Wauwau finde ich auch gut. Wie findest du dieses Etikett? Ist das nicht schön? Ja, ich muss das erstmal fertig sehen. Ja. Sie müssen sich ja einmal etwas Neues überlegen. Ja. Also mal ganz ehrlich, wenn das nun gerade gewesen wäre, dann würde man sagen, ja, das haben wir doch da und da und da und da. Aber schon machen wir es schief. Ja. Dann kann man sagen, ha, das ist neu. Schief hatten wir noch nicht. Nehmen wir das mal mit irgendwo mal rein. Guck mal. Wauwau. Ja, das ist schön. Wie heißt der Hund nicht? Das darf man so nicht sagen, ne? Guck mal, dann können wir das... Wie soll denn der Hund heißen? Hat jemand eine Idee? Was passt denn zu dem Hund? Ne. So, ne? Ja. Wie nennen wir den Hund? Wauwau. Ja, da muss man sich beeilen, wenn man mit den vielen schönen Sachen auch basteln will, weil ruckstuck kommen dann auch wieder neue. Das stimmt. Guck mal. Wie findest du es? Also, ich muss sagen, die rechte Karte ist natürlich nochmal deutlich schicker, weil das macht jetzt natürlich doch was mit diesem Kügelchen und dem, der Schleifer drumherum und auch dem Stempel unten rechts. Struppi, Schnuffi, Scotty. Ja, Scotty ist schön, ja. Was sagt ihr? Was gefällt euch besser? Du darfst die nehmen. Ne, die ist tatsächlich... Und ich mag das auch doch tatsächlich nicht mit diesem gewählten Rand. Gefällt mir nicht so. Also, wenn man die eine sieht hier, die du jetzt hast, ne? Halt mal deine Dichter. Dann denkt man, oh, da fehlt ja was, ne? Genau. Ja. Und das hast du jetzt hier echt gut gelöst. War das so vorgesehen im Katalog oder bist du da drauf gekommen? Ich denke mir auch manchmal was auf. Ja. Finde ich super. Ja. Rechts ist diese. Nicht, dass hier noch einer sagt, aber die Irene, die bastelt ja auch immer nur alles nach. Und dann sage ich, wenn das wehe, wenn das einer zu mir sagt. Wenn das einer sagt. Wenn das einer sagt, dann werde ich sagen, zu derjenigen, zu demjenigen, zeig mir mal, was du bislang gebastelt hast aus dem Katalog. Und dann können wir uns ein Urschalt drüber erlauben. Ne, Spaß beiseite. Die Hippos sind da. So, genau. Die Hippos sind da. Viel früher als gedacht. Genau. Mal sehen, wie lange sie bleiben. Wer jetzt noch zögert, hat selber Schuld, weil ich glaube, wenn die jetzt alle sind, dann war es das. Weil Stemmenup sagt immer, in der Celebration, nur solange der Vorrat reicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da bei dem einen oder anderen ein bisschen was aufgestaut hat, so nach dem Motto, wir hatten ja auch etliche, die unbedingt warten wollten, bis die Deutschen da sind. Und ich kann mir vorstellen, dass es deutschlandweit vielen so gegangen ist, die gewartet haben. Und jetzt nicht. Wer sie haben will, jetzt zuschlagen. Gebt uns gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann, ja, würden wir uns freuen. Und wir sind fertig für heute. Hippo-Anleitung für Kunden per Mail abforderbar. Und die anderen Hippos kommen gleich in der nächsten Stunde ungefähr. Schaut mal gerne in euer Postfach. Und, ja, das war's. Soll ich noch mal irgendwas zeigen? Ich kann noch mal die Zuschauerkarten zeigen vom letzten Sonntag. Die waren so schön, ne? Die habe ich noch hier drauf. Zeige ich gerne noch mal. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Live-Basteln. Und bis dahin, eine schöne Restwoche. Bergfest. Erfrischt euch schön. Genau. Alles klar. Bis Sommer in Deutschland. In diesem Sinne. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020